In Phase Satz 4, 2 zu 1 für Hüppelstein, aber jetzt diese Hinten, 5 zu 9, Kirchel und Hörmann. Oder, ja, 6 zu 9. Schöne mal, Hannes Hörmann, gibt da noch was? Der hatte genau die richtige Länge gut dabei und Satzbälle, drei Stück in Serien. Letzter Satz hat dieser Flippler gut geklappt beim Satzball. Jetzt steht es 2-2 und jetzt wird es wieder nochmal richtig spannend. Und soweit die Füße tragen, solange so ein Spiel überhaupt gehen kann, also. Das letzte Match des Spiels, das möglich ist und der letzte Satz, der möglich ist. Der Fünfte muss die Entscheidung bringen, leichter psychologischer Vorteil für Winsbach. Denn die haben das Unentschieden schon in der Tasche bei einem Auswärtsspiel. Im Fußball sagt man, das ist ein gutes Ergebnis. Noch dazu bei Tabellenmachbarn, also quasi schon so moralisch der halbe Sieg für die Winsbauer. Und jetzt gilt es für Hüppelstein trotzdem noch ein Unentschieden zu retten. Hinweis, diese Kamera hier im Bild, die zeichnet das ganze Spiel auf. Ein Videoclip zu finden unter YouTube. Und dann hat er schön verachtet. Eins zu drehen, ich bin ein Hüppelstein. Applaus 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 Die Touristen in der Touristen. Das ist ein Schäuer. Die Kubacchinskis Palkowski-Eckert Dann war er Aber das reicht nicht Schau dich gut aus Die Endphase hier Noch vier Nur der Akku So, schüttet sich hier Aber wie gesagt Aufschiebt Wenn der andere Akku hält Das Spiel verbringt